ja mein kopf geht jetzt einigermaßen wieder besser und jetzt kann weiterspielen ich hoffe dass jetzt einigermaßen vor irgendwelchen rätseln verschont bleiben aber man da sehe ich ja schon das nächste rätsel wo wir den retten müssen mann auswalt Okay, das sind wir dran die Dinger auf zu Na komm schon, wir haben nicht viel Zeit Jungs, sehr gut Die Dinger mache ich ja mittlerweile schon fast gerne Ui, yoi, yoi Aach komm, dreh dich doch in die richtige Richtung, Freundscher Müsst mal erstmal hier über den Überblick verschaffen Dass wir hier was funktionierter Shit Boah, das war aber, ging aber schnell. Komm in die Gänge, sagt der, ey. Das war ja mega flott von mir. Boah, du Scheiße. Guckt euch die Scheiße mal an. Ähm. So. So. Shit, ey. So, war richtig kompliziert, ey. Fuck, ey. Ähm, so. Scheiße, sieht aber gar nicht gut aus. So. So, muss er hoch. Fuck, fuck, was haben wir denn jetzt noch nicht zum Leuchten gebracht? Shit, ey. Fuck. Ah, ich strebe ab, ne. Äh, so viel, äh, das ist ja. Hallo. Shit, doch mal, äh. So unter Druck kann ich jetzt auch nicht arbeiten. Wo ist denn der nächste Stromteil? Hier. Ähm. Ja, das müssen wir so machen. So, hoch. Dann nach links. Und das nächste Ding anzapfen. Das nächste, wo ist das eine Stromteil noch? Scheiße, wir müssen noch drei Lampen ankriegen. So, das machen wir so an. Dann noch zwei. Shit, 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 äh. Können wir denn Strom anbauen? Okay, und jetzt noch eine. Können wir nur so machen. Shit, ey. Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Müssen wir so anmachen. Nein, nein, nein. Jetzt. Können wir nur eine anmachen, Leute. Die kommt hier. Ähm. Achso, die brauchen wir nicht anmachen. Die kriegt Strom von... Gar nicht. Scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Das ist doch viel zu kompliziert. Guckt euch die Scheiße an, ey. Boah, ich... Ich hab grad noch gesagt, ich will keine Rätsel mehr haben. Erstmal. Das Bild ist auch so klein, ey. Jetzt muss ich so super konzentrieren, wo ich was hinmachen muss. Okay. Och, Mann, ey. Warum muss ich überhaupt alle retten? Lecker, Kinder. Also, alle weggucken, die unter 18 sind. Macht die Augen zu, Leute. Ja. Pech, würde ich mal sagen. Okay. Noch ein neues. Ich finde das ärgerlich, dass wir nochmal alle Rätsel machen müssen. Das finde ich, ehrlich gesagt, unfair. Vier Minuten Zeit, äh, so ein Fix, äh. So. So. Das letzte war ja, äh, echt übertrieben schwer. Also, das fand ich schon sehr schwer. Komm, äh, wir wollen das uns nicht angucken. Und, so. So, so, so. So, so. Ähm. So. 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 Und. Das Ding muss... Ach komm, hier, das Ding nur drehen. Drei Minuten haben wir Zeit. Es scheint eigentlich fit zu sein, aber das kranke Rätsel da, was da dran ist, ist ja voll übertrieben, das Leute. Ähm... Ja. Hm, hm, hm. So. Kriegen wir so rum. Kriegen wir so rum. Shit, äh. Manchmal müssen wir die Dinge einfach falsch rumdrehen. Ja. Die Dinge so an, die nach oben. Ähm. Das schau. Müssen wir irgendwie das Strom setzen? Ähm. Ja. Hier ist auch immer noch ein Strom sinken. Die Teile kriegen wir so an. Müssen wir irgendwo den Strom abzapfen. So. Hallo. Zwei Minuten noch. Mervt mich doch nicht. Ähm. So. Scheiße. Shit, 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 äh. Da leuchten noch viel zu viele Rote. Hm. So, kriegen wir die Scheiße an, äh. Ähm. Das machen wir so an. Die machen wir so an. Kriegen wir die an, äh. Müssen wir uns irgendwie den Strom abzapfen irgendwo. Kann doch nur hier. Oh, Mann. Ich krieg die Krise, Leute. Jetzt mal ehrlich. Ich hab ja einfach keinen Überblick mehr. Was rot und was grün ist. Schön, jetzt ist die andere rot. Goll. Goll. Es sind noch drei Lampen rot, aber wie kriegen wir die? Ich werde, haben wir Zeit, 31 Sekunden. Ähm. Jetzt ziehen wir uns hier hoch. Toll, bringt doch nichts. Das sind keine Brücken, ja. Hm. Können wir noch mal hier so drehen. Hm. Hm. Hallo. Das Ding muss ich nach unten drehen. Hallo, nach unten. Ach, leck mich, ey. Das macht einfach keinen Spaß. Also, da bist du so unter Druck, äh. Vier Minuten klingt sehr, sehr lange, aber vier Minuten, könnte man Zeit, um vier von denen zu lösen. Die, diese ganz am Anfang sind ja noch einfacher, obwohl man auch danach denken muss. Aber, ähm, die sind jetzt wieder anders, ey. Scheiße. Mann, ey, aber, ach, das soll ich zum Kotzen, Leute. Das Ding ist schon, äh, heftig, ey. Und mein Kopf fängt wieder an zu glühen, ey. Aha. Jetzt stellen wir mal so rum. Das tun wir hier rum. Das geht rechts rum. Ähm. Links rum. Hm. Jetzt kriegen wir die scheiß Dinger an. So. Hallo. Ähm. So rum. Wo kommen wir denn jetzt an den Strom da oben? So. Ja, und das Teil hier. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Letzte Ding hier. Scheiße. Sind auf jeden Fall langsamer geworden. Vorhin hatten wir drei Minuten. Jetzt haben wir, äh, dreieinhalb. Oh, Mann, ey. Scheiße. So. Bitte. Bitte. Müssen wir erstmal ungefähr alles hinbauen. Gibt's eigentlich keinen richtigen Plan für. Das funktioniert nicht. Ich muss ja noch an der Seite kommen. So. Der kommt hier hin. Das schließen wir hier an. Okay, kurz. Strom hier. Strom kommt, sag ich hier. Nee. Leute, das ist ja noch komplizierter als vorhin, ey. Boah, ey. Ich sag, hab ich da keine Lust mehr drauf. Ich hab da einfach keine Lust mehr drauf, weil das ist einfach zu schwer. Das ist einfach viel zu schwer. Guckt euch die Scheiße doch mal an. Jetzt mal ehrlich. Das ist doch krank. Dreh dich doch in die Richtung, du Esel. Oh, und jetzt die Scheiße. Dann kriegen wir die an. Kriegen wir nicht an. Weil wir die nicht richtig drehen können, ne. Ach, das ist doch bescheuert, Leute. Das ist doch bescheuert. Jetzt mal ehrlich. Die müssen doch jetzt eigentlich zusammen verbunden werden. Überall ist Strom drauf, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Ich krieg die Krise, ey. Wir haben eigentlich überall Strom, ey. Ach, hier. Da kann man noch eins. Da geht er her. Hier haben wir keinen Strom. So. Ja. Boah. Alter. Boah. Alter. Ich weiß, wie du hier bist. Ich denke, er ist in diesem Ort. Wir müssen ihn finden. Sorry. In der nächsten Folge geht's dann hoffentlich motivierter weiter. Vielen Dank.